hallo auf meinem kanal PatschFX schön dass ihr reinschaut gibt mir wieder ein video mit meiner drohne und ich wäre hier gerade tierisch abgelenkt von meiner katze die ist nämlich rollig und streucht hier um mich rum ok mal gucken ob ich schaffe das trotzdem durch zu ziehen ansonsten wird es halt wieder so ein blam blam video okay also ich und die drohne mir freunden uns immer mehr an ja und ich muss sagen geil richtig geil so ihr seht schon da wo ich das ding hab hochgehen lassen steht ein strommast und keine angst die stromleitung gehen nach rechts weg sonst wäre ich da garantiert nicht geflogen aber so ich versuche mich jetzt mal so an die flug eigenschaften der drohne zu gewöhnen und funktioniert eigentlich auch schon ganz gut ja es ist immer noch nicht so jetzt mal ich sag mal so ich bin jetzt einfach mal hier kurz um die ecke gefahren in ein gewerbegebiet und habe da mal so eine aufnahme gemacht so eine richtig geile landschaft ist das natürlich nicht aber da müsste ich echt 20 30 40 50 kilometer weg fahren muss ich auch die zeit dafür haben und die habe ich halt nicht immer schade eigentlich ich arbeite zu viel sollte ich das einstellen ja jedenfalls macht es mit der drohne echt spaß das ist also richtig geil so frustriert wie ich am anfang war weil nichts funktioniert hat so begeistert bin ich eigentlich jetzt wenn alles funktioniert das ist richtig oberaffen geil also macht richtig spaß und ich habe es jetzt heute soll ich dir schon verraten ne das verrate ich nicht seht ihr im nächsten video ja jedenfalls habe ich heute mal echt den akku leer geflogen und ja sind echt geile videos rausgekommen das ist einfach nur spitze so das war es auch schon ich bedanke mich fürs zuschauen und wünsche euch eine schöne woche tschö